leute guckt es war kein scam ich habe eigentlich das nächste video aber es war kein scam es war wirklich kein scam guckt was habe ich getan wir haben die erde zu einer scheibe verwandelt das angst ich jetzt hier hatte es ist ein super unangenehm ok wir können jetzt mit 66 hier gucken wir können hier jetzt so fliegen jetzt gucken wir es unter da aussieht ich glaube ich habe es darunter ist so eine magma welle installieren und ja so ich sehe man kann die erde flach machen und so ich habe versucht und ja das war ein scam aber du musst die welt wo ich setten dann und ja ich habe falsch gemacht und ich habe gesehen dass aber so die welt zu einer scheibe gemacht hat also ja ich werde ich glaube ich glaube ich kann ja man kann damit nicht Absturz! Lass mal die kompletten Kontinente kaputt machen. Erster Kontinent kaputt. Oh mein Gott, ich wusste nie, dass es so eine Strecke gibt. Wie ein EDP verliert Subscribers. Aber der Name war wirklich so inappropriate von ihm. Sein Name EDP stand für Eat that Pussy, Jörg. Wer macht so einen Namen, wenn jeder weiß, dass YouTube ihn zum Mond senden wird? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ja die magmawelle ist fein aber soja aber so eine welt so eine teller welt das ist das geilste wir aber so wenn es so cooler wer können wir wenn du es cooler machen willst können wir hatte ich muss bei die aliens gehen was tut ein anderer kein vernommen überhaupt die welt mehr geschützt die welt wird nicht geschützt die welt wird auseinandergenommen in 20 attackieren aber dort schilder die schilder machen eigentlich nix sie können nicht über der welt gehen guck mal ich mache geht nun oh mein gott copyright wirklich braucht den monetizen ja so nicht der monetizen ist ja irgendetwas ich sag jetzt so ja nicht ob so schwerwörter ansonsten ansonsten kann ich die kompletten youtube korea schreibt den einzelnen videos was eine öffentliche kommentare hat wir können auf irgendetwas reagieren jetzt nicht mein erster video ist nicht mein erst video kann nehmen aber ein erstes video war ich glaube sofort das ist kürzt das verkörst ist das wenn man die da überhaupt planet wenn so kürzt aussieht ja fast da war meine harte arbeit okay aber das war es mit dem video ja die welt kann jetzt wird jetzt ausgerottet bei asteroiden die kreiber ja guckt wie man das macht da 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 ja und das gibt es noch ein riesigen asteroid deutschland so ja dann hat wirklich so eine dumme idee an einem border zu machen und das attack und titan das sollte ich besser nicht sagen oh mein gott ich glaube ich hatte es nicht zu youtube hallo oh mein oh mein gott oh mein lol lol china illegaler youtube bpn shut the front door ich werde diese folge beenden voll krass also tschüss